Hallo liebe Leute, willkommen im Römischen Reich. Ne, so kann man das natürlich nicht sagen, aber willkommen in einer neuen Serie. In einer Serie, wo es um römische Rinsarten geht. Und zwar geht es deswegen darum, was passiert, habe ich mich gefragt, wenn man sehr gescheit oder so lateinische Sachen sagt in bestimmten Situationen. Und was bewirkt das und was löst das aus? Und ist das treffend oder nicht treffend? Und dann erzähle ich euch, was das bedeutet, das römische Sprichwort. Und ihr werdet staunen, hoffentlich. Und ihr werdet Freude daran haben. Stellt euch mal Folgendes vor. Nach vielen Jahren klingelt ein Sohn mit vielen Plastiktüten an der Tür seines Elternhauses. Der Vater macht auf und fragt seinen Sohn, was er aus seinem Leben gemacht hat. Der Sohn sagt, Omnia mea mecum porto. Da wird der Vater aber Platz. Aber was bedeutet denn der lateinische Spruch? Omnia mea mecum porto. Alles, was ich habe, trage ich mit mir. Tja, liebe Leute, das war eine Entführung in das Reich der alten Sprache der Römer. 2000 Jahre alt, 2500 Jahre alt. Du liebe Zeit, du liebe Zeit. Na dann alles Gute, bis zum nächsten Teil. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020